Das Märchen von der Rentenerhöhung seit 2021. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der rentenpolitische Sprecher der Partei Die Linke, Herr Matthias Birkwald, hat eine Anfrage gestellt, und zwar beim Bundessozialministerium. Und es ging in dieser Anfrage um die Frage, wie hoch der inflationsbedingte Kaufkraftverlust von Renten seit 2021 ist. Da hat er dann eine Antwort bekommen, und diese Antwort wurde unter anderem auch auf ZDF veröffentlicht, auf der Nachrichtenrubrik im Bereich Politik. Und dort, das zeige ich Ihnen mal, ist dann Folgendes mitgeteilt worden. Seit 2021 bleiben die Erhöhung von Renten und Pensionen hinter der Inflation zurück. Allerdings ist die Kaufkraft in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Dazu möchte ich auch gleich noch was sagen. Die Erhöhung von Renten und Pensionen sind also praktisch in Deutschland seit 2021 deutlich hinter der Inflation zurückgeblieben. Das heißt also, wir haben kaufkraftbedingt, haben wir Rentenkürzungen. Das ist ganz klar. Also die reale Rente, das reale Einkommen ist gegenüber der Inflation oder aufgrund der hohen Inflation deutlich gesunken. Das heißt also, die Rentenerhöhungen, die es seit 2021 gegeben hat, haben diesen Kaufkraftverlust nicht ausgeglichen. Ich sagte Rentenerhöhungen, die es gegeben hat. Das heißt, im Jahr 2021, das wissen wir, gab es im Westen gar keine Rentenerhöhung. Und im Osten gab es eine de facto Nullrunde mit 0,72 Prozent Rentenerhöhung. Und die Versorgungsbezüge der Beamten oder der pensionierten Beamten wurden 1,2 Prozent angehoben. Die Inflationsrate betrug im Jahr 2021 3,1 Prozent. Im Jahr 2022 sah das schon ein bisschen anders aus. Da hatten wir ja eine schöne Rentenerhöhung. Im Osten dann 6,12 Prozent und im Westen 5,35 Prozent. Und im Jahr 2023 haben wir auch eine schöne Rentenerhöhung. Aber die Inflationsrate lag im Jahresdurchschnitt 2021, 2022 bei 6,9 Prozent. Und die Inflationsrate dieses Jahr liegt dann irgendwo bei 6 Prozent. Das heißt also, wenn wir rein statistisch betrachten, gibt es seit 2021 de facto wirtschaftlich gesehen keine Rentenerhöhung. Das heißt also, es ist quasi wie eine Art Märchen, was man uns hier auftischen möchte. Jetzt kommt aber eine ganz interessante Geschichte. Jetzt sagt die Bundesregierung, beauftragt das Bundessozialministerium. Naja, das ist doch gar nicht so schlimm. Wenn seit 2013, gucken Sie bitte hier hin, gab es bei den Westrenten einen Kaufkraftgewinn von 5,2 Prozentpunkte, also bis zum Jahr 2022 rechnerisch, und bei den Ostrenten 22 Prozentpunkte. Ja, so. Also, da bin ich schon ein bisschen sprachlos, meine Damen und Herren. Also mit dieser Argumentation sagt die Bundesregierung, will sie uns sozusagen wie eine Art Nebelgranate um die Ohren hauen und sagen, Leute, die Renten, es ist doch gar nicht so schlimm mit der Inflation. Im Zehnjahresdurchschnitt ist die Inflation sozusagen gar nicht vorhanden. Wir haben doch im Osten 22 Prozent höhere Renten als seit 2013 und im Westen 5,2 Prozent. Ja, was ist denn das für ein himmelschreiender Irrsinn? Die Inflation im Jahr 2020 ist doch schon durch. Im Jahr 2021 ist doch die Inflation und die Rentenerhöhung auch schon durch. Der Kaufkraftverlust, den spüre ich doch jedes Jahr. Ich spüre Ihnen aber den Kaufkraftverlust dann nicht, wenn ich real eine höhere Rente habe, also durch die Rentenerhöhung, als im Vergleich zum Kaufkraftverlust. Ja, was ist denn das für eine Argumentation, meine Damen und Herren? Im Jahr 2021, das spüren doch die Leute jetzt, haben wir einen Kaufkraftverlust. Das hat doch mit dem Kaufkraftgewinn im Vergleich zum Jahr 2013 gar nichts zu tun. Das ist doch eigentlich letzten Endes wirklich nur ein mathematisches Geplänkel, um die Leute ruhig zu halten. Aber die Leute sind eben nicht ruhig, denn die sagen schlicht und ergreifend, wie der rentenpolitische Sprecher der Linken, Herr Matthias Birkwald, zu Recht sagt. Wie kann es denn sein, dass Beamtinnen und Beamte, Pensionärinnen und Pensionäre bis zu 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie bekommen, aber Rentnerinnen und Rentner nicht? Wie kann das sein? So, anstatt, dass wir, warum werden denn gesetzliche Rentnerinnen und Rentner nicht ähnlich wie Pensionäre gleich behandelt? Was ist denn hier eigentlich los? Ja, und der Herr Birkwald sagt ja auch klar, dass die Bundesregierung keinerlei Einsicht hat. Die sagen einfach ganz einfach, ja, ihr habt doch dieses Jahr, regt euch doch nicht auf, ihr lieben Rentnerinnen und Rentner, 21 Millionen oder wie viel ihr seid, ihr habt doch eine hohe Rentenerhöhung bekommen. Ja, meine Damen und Herren, aber was ist mit der inflationsbedingten Situation? Die Lebensmittel sind weiterhin irrsinnig hoch. Ja, die Lebensmittelpreise, die Inflation dort liegt bei über, der Anstieg liegt bei über 7 Prozent weiterhin. Das heißt also, die Leute werden weiterhin unheimlich abgenudelt bei Aldi und Co. Das ist doch das ganz große Problem. Dass zwar aktuell die Inflation im September 2023 jetzt endlich mal ein bisschen geringer ist, also bei 4, noch was Prozent liegt, löst doch aber das Gesamtproblem nicht. Und deshalb war ja der Vorschlag auch vom Herrn Birkwald, den ich persönlich sehr gut finde, zu sagen, ja Leute, dann müssen wir doch endlich mal zum 1. Januar 2024 10 Prozent Rentenerhöhung machen bei allen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland, damit hier ein inflationsbedingter Ausgleich kommt und damit wir sozusagen auch hier halbwegs, halbwegs armutsfeste Renten haben, damit die Menschen auch ein bisschen was wieder einkaufen können. Ja, und nicht nur jedes Mal irgendwas umdrehen müssen im Einkaufsgub. Letzten Endes ist das eine ganz schlimme Situation und auch diese Argumentation der Bundesregierung ist aus meiner Sicht völlig verfehlt, hier ein Zehnjahresvergleich herzustellen und letzten Endes damit die schlimme Situation seit 2021 und noch viel schlimmer seit 2022 damit sozusagen vom Tisch zu wischen. Die Regierung scheint es ja nicht zu betreffen, denn die kassieren ja einen Haufen Geld, aber auch letzten Endes müssen die Herrschaften von der Regierung nicht einen einzigen Pfennig für ihre eigene Altersvorsorge in irgendeine Rücklage reinstecken. Und das ist ein Skandal, genauso wie es ein Skandal ist, dass Beamtinnen, pensionierte Beamte hier oder andersherum, dass Rentnerinnen und Rentner hier keinen Inflationsausgleich bekommen, aber pensionierte Beamtinnen und Beamte bekommen diesen Inflationsausgleich. Meine Damen und Herren, bleiben Sie bitte am Ball. Bleiben Sie bitte bei Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Und im Übrigen schauen Sie bitte mal auf unseren neuen Kanal Eine bessere Rente für alle Generationen. Gibt es ganz interessante neue Entwicklungen. Ciao!